hey ciao ihr wahrscheinlich gemerkt habt fahre ich meinen tesla sehr sehr gerne und ich kann mir wirklich nicht vorstellen jemals wieder zurück zum verbrenner zu wechseln aber was mich jetzt in diesem video interessiert ist eure meinung wie steht ihr zur elektromobilität was hält euch gegeben falls davon ab ein elektroauto zu besorgen oder welche bedenken habt ihr ist das der preis ist das die reichweite ist das sind das bestimmte geschichten artikel oder videos die ihr gesehen habt die euch davon abhalten zu elektromobilität zu wechseln das würde ich gerne von euch erfahren und wäre froh wenn ihr mir dafür einen kommentar hinterlasst und selbstverständlich wenn euch meine videos gefallen würde ich mich über ein abo freuen und auch mal über einen daumen nach oben